Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video erkläre ich dir, wie du schwierige Themen in deiner Partnerschaft besser ansprechen kannst. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich bin spezialisiert darauf, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln hin zu einem Menschen, der ein glückliches Leben bzw. ein glückliches Beziehungsleben im Speziellen führen kann. Und ich mache das in der Regel, indem ich Menschen helfe, ihre eigenen Themen aus ihrer Kindheit und Jugend aufzuarbeiten. Denn das, was wir in Kindheit und Jugend erleben, das, was wir dafür Erfahrungen sammeln, positive wie negative, das prägt uns. Und negative Prägungen haben die Tendenz, uns auch im Erwachsenenalter zu beeinflussen oder zu sabotieren. Wenn du also merkst, du hast wiederkehrende Gefühle oder Verhaltensweisen, die du nicht so willst und du willst das loswerden, dann schau mal unten in der Box, dort findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Und jetzt springen wir mal direkt rein, schwierige Themen ansprechen. Ich bin auf diese Videoidee gekommen, weil in meiner Sprechstunde eine meiner Kundinnen mir quasi mit der Aussage gekommen ist, ich kann irgendwie schwere, schwierige Themen nicht ansprechen. Und das habe ich jetzt erstmal quasi so akzeptiert, wie sie es mir gesagt hat. Und im Laufe des Gesprächs ist dann aufgefallen, es liegt gar nicht am Ansprechen. Und deswegen, da habe ich gedacht, okay, es gibt da mehrere Dinge, auf die man achten sollte und die wollte ich dir in diesem Video mal vorstellen. Wenn du also das Gefühl hast, dass du Schwierigkeiten hast, die schwierige Themen auf den Tisch zu bringen oder bis zu Ende zu sprechen oder Lösungen zu finden, dann stell dir mal drei Fragen. Nummer eins. Liegt es wirklich daran, dass ich mich nicht traue, Dinge anzusprechen? Dann ist dein Lösungshebel, wie du dieses Problem löst, in deiner Angst vor Ablehnung, in deiner Anpassungsneigung bzw. wenn das daran liegt, dass du Verlustangst hast. Ich möchte etwas Schwieriges nicht ansprechen, weil ich Angst habe, meinen Partner zu verlieren. Du musst also gucken, was steckt da für eine Angst hinter. Wenn wir gewisse Dinge nicht ansprechen, dann ist das immer mit einer Angst verbunden. Verlustangst, Angst abgelehnt zu werden. Schuldgefühle sind auch möglich. Ja, da haben wir die Angst davor quasi, jemandem anderen was Schlechtes zu tun. Und dort findest du dann also die Möglichkeit bzw. den Schalter, den Hebel, den du umlegen musst, dann wird es dir leichter fallen, das anzusprechen. So, Frage Nummer zwei. Kommuniziere ich das, was ich will oder brauche, nicht gut genug? Ja, es kann ja sein, dass du dich traust, es anzusprechen, aber irgendwie eskaliert das immer wieder oder führt nirgends wohin. So, jetzt kann man natürlich fairerweise auch sagen, es liegt natürlich nicht nur an dir, sondern auch deinem Gegenüber. Wenn dein Gegenüber nicht bereit ist, mit dir zu sprechen oder immer wieder ausrastet, wenn er kritisiert wird, dann liegt da natürlich auch ein großer Anteil bei deinem Gegenüber. Aber du weißt ja, wenn du mich schon länger verfolgst, wir können unser Gegenüber immer nicht ändern, wir können immer nur uns verändern. Deswegen ist bei dieser zweiten Frage jetzt quasi das Augenmerk darauf, kommuniziere ich irgendwas nicht ordentlich. Das heißt, bin ich entweder unklar, die Lösung dafür ist quasi Klarheit darüber zu schaffen, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Ja, oder kommuniziere ich vielleicht auf eine sehr kritische oder angreifende Art und Weise? Und dazu habe ich schon zwei andere Videos. Also, wenn du quasi verstanden werden willst und präziser kommunizieren möchtest, dann verlinken wir dir mal ein Video. Das heißt, die drei Ebenen der Kommunikation. Ja, kannst du dir hier oben anschauen. Und wenn du das Gefühl hast, du sagst die Dinge eventuell auf ein bisschen eine angreifende Art und Weise und schiebst quasi damit dein Gegenüber in eine Defensivsituation, wo er dann im Verteidigungsmodus ist und dementsprechend nicht mehr offen ist fürs Gespräch, dann schau dir mal das Video an. Das ist schon ein sehr altes Video von mir, aber der Fakt und das Wissen da drin ist immer noch aktuell und zwar Probleme richtig ansprechen. Und genau, das ist also quasi Frage zwei, Kommunikation. Und jetzt kommen wir zu Frage Nummer drei. Breche ich eventuell Gespräche frühzeitig ab aufgrund von diversen Gründen? Zum Beispiel, weil ich mich selber verletzt fühle, gekränkt fühle oder in den Rückzug, also in einen Schutzmechanismus gehe. Das war nämlich letztendlich das, was im Gespräch mit meiner Kundin rausgekommen ist. Sie dachte immer, sie hat Schwierigkeiten, schwierige Themen anzusprechen per se, sich das zu trauen. Und da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Es fiel ihr auch nicht mega leicht, aber sie hat mehrfach bewiesen, dass sie das, wenn sie sich Mühe gibt, kann. Das Problem kam jetzt quasi bei unserem Punkt drei. Wenn Themen, gewisse Themen oder gewisse Formulierungen gefallen sind, die meine Kundin verunsichert haben oder verletzt haben oder gekränkt haben, dann hat sie auf eine automatische Art und Weise dicht gemacht. Und dicht heißt, sie hat aufgehört zu reden. Sie wusste vielleicht nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie war ruhig und hat sich dann irgendwann, beziehungsweise beide Gesprächspartner, zurückgezogen, in ein anderes Zimmer gegangen und das Gespräch war beendet. Und dann ist es natürlich klar, dass du nicht zu einer Lösung kommst. Weil, wenn du Themen ansprichst, dann machst du das ja nicht aus Spaß, sondern du willst ja irgendwas damit erreichen. Und wenn du quasi jetzt mal bildhaft gesprochen, hier beginnst und hier ist die Lösung, hier passieren ja Dinge dazwischen. Und wenn du hier irgendwo gekränkt bist oder in irgendeiner Form dann in den Rückzug gehst, dann kommst du nie da an, wo du hin musst. Also wird auch nie das eintreten, was du willst. Und in dem Fall ist es deine Aufgabe zu gucken, was steckt dahinter? Was ist der Auslöser, dass ich da irgendwo dicht mache? Fühle ich mich da eventuell abgelehnt? Fühle ich mich unwichtig, weil ich das Gefühl habe, mein Partner beachtet mich nicht, wenn er bestimmte Dinge sagt? Bin ich verunsichert? Entsteht Angst? Fühle ich mich niedergeschlagen und wie ein Versager oder fühle ich mich klein? Was steht dahinter? Wieder das, wenn du rausfindest, was es ist, hast du wieder die größte Chance, das zu verändern. Manchmal reicht schon die Erkenntnis. Und dann kannst du besser damit umgehen, weil du weißt, jetzt geht mein Thema an, beruhige dich, Ramon, alles gut. Manchmal ist es so stark, dass du das Gefühl hast, ich habe das nicht so richtig unter Kontrolle. Da, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, biete ich an, wenn du eine Entwicklungsmotivation hast, schau unten in der Box, dort findest du den Link zum kostenlosen Erstgespräch. Und das waren letztendlich die drei Aspekte, die drei Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du das Gefühl hast, schwierige Themen oder wichtige Themen ansprechen, klappt bei mir nicht. Also als Zusammenfassung nochmal zur Erinnerung. Nummer eins, traue ich mich nicht, Dinge wirklich auf den Tisch zu legen. Dann weißt du, was du zu tun hast. Nummer zwei, kommuniziere ich das ineffektiv. Nummer drei, steige ich zu früh aus. Ja, mache ich in irgendeiner Form dicht und gehe in den Rückzug. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen Gedankenimpuls gegeben, bringt dich weiter. Wenn ja, dann bitte ganz, ganz viele Daumen nach oben. Das brauchen meine Videos wirklich, um bei YouTube überhaupt in irgendeiner Form gesehen zu werden. Und wenn du noch irgendwie einen Vorschlag oder eine Frage hast, vielleicht auch einen Video-Vorschlag, dann hau mir den gerne in die Kommentare, weil dann kann ich natürlich mehr Inhalte für euch produzieren, die euch wirklich interessieren. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Vertrauen, was du in mich legst. Und ich freue mich, wenn wir uns in dem nächsten Video wiedersehen. Und wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal gerne, mach das Glöckchen an. Und dann sehen wir uns in einem der drei Videos der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.